Weihnachten wird so schön wie nie zuvor! Denn diesmal werden Träume wahr. Worauf warten wir noch auf Weihnachten? Der Herr hat das Weihnachtsfest nicht verboten. Das Weihnachtsfest kann man nicht verbieten. Die schönste Liebesgeschichte. Das ist für euch, Herr. Es ist von einem Mädchen. Die Schöne und das Biest. Weihnachtszauber im Disney Channel. Die Schöne und die Schöne und die Schöne.